Mit den Schlagwörtern Anatomiefunktion und Praxis sei heute der tiefe Seelenmuskel Iliopsoas unser Thema. Über die Seitflächen und Bandscheiben der Wirbelkörper TH12 bis L4 startet die Oberflächenschicht des Psoas Major. Seine Tiefenschicht indessen an allen Prozessus Costalis. Gemeinsam mit dem fächerförmigen Iliakus aus der Beckeninnenseite münden beide schließlich als Iliopsoas unter dem Leistenband hindurch am Trochanter Minor des Oberschenkels. Obendrein kursieren in der Fachliteratur fasziale Verbindungen zu Dick und dessen Blinddarm samt Wurmfortsatz, hier gerne auf das Psoaszeichen achten, weiterhin Zwerchfell und Nieren, die aufgrund der Atembewegung des Zwerchfells auf der Psoasfaszie herauf- und herabgleiten, weshalb Einfluss auf Nierenfunktion sowie Atem- und Angstreflex durchaus denkbar und offiziell evidenzbasiert sei die kommunikative Verbindung zur Hüftgelenkskapsel über die Bursa Iliopectinea. Verantwortung für Hüftschmerz daher vorhanden. Zuständige Nerven stammen aus dem Plexus Lumbalis, wobei der Nervus Femoralis unter anderem mit dem Iliopsoas durch die anatomische Lücke Laguna Musculorum verläuft. Nun weiter zu seiner Funktion. Hauptberuflich bewirkt der Muskel die Hüftbeugung speziell über 90 Grad, stabilisiert die Lendenwirbelsäule in Gang und Stand, ermöglicht deren Seitneigung und Aufrichtung in Rückenlage, zieht dabei in ein Hohlkreuz und nebenberuflich gäbe es noch die Außenrotation im Hüftgedenk. Mit Wissen gewappnet geht es in die Praxis. Der Thomas-Test informiert über verkürzte Hüftbeuger. Vorab die Hohlkreuzinspektion und dann den Thomasgriff mit pressangewinkelten Beinen anwenden. Je höher der Abstand des gestreckten Oberschenkels zur Unterlage, desto verkürzter der Muskel. Um den Quadrizeps auszuschließen, wird dieser durch eine Kniestreckung angenähert. Senkt sich der Oberschenkel nicht, so gilt der Iliopsoas als verkürzt. Bei Senkung plus mangelnder Kniebeugung steht der Quadrizeps unter Spannung. Etwa 90 Grad Kniebeugung bei aufliegendem Oberschenkel entsprechen keinerlei Auffälligkeiten. Und driftet das Bein in die Abduktion, rückt der Traktus Iliotibialis in den Fokus. Zwecks Kraftmessung hier zwei Vorschläge. Doch Obacht, Schmerzen im Unterbauch weisen auf ein positives Psoas-Zeichen hin. Außerdem zwei weitere für dessen Palpation, natürlich mit angestellten Beinen und der Schonung der inneren Organe und letztlich eine aktive und passive Dehnung sowie Übungen zur Kräftigung. Das wäre das Wort zum Iliopsoas gewesen. Allen Physio-Helden da draußen frohes Schaffen und dabei viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Und natürlich beste Grüße an den Beraterstab. Vielen Dank.